Hallo und herzlich willkommen hier bei MEG. Heute geht es mal um modernen Bogensport, so ziemlich die Definition davon. Und zwar nicht dieser alte Recurve, sondern um den Fenris mit dem M1 von Steambo. Wenn du das sehen willst, dann bleib dran. Moin und liebe Grüße vom Geburtstagsmalte. Ja, weil während ihr jetzt gerade das Video guckt, feiere ich gerade in meinen Geburtstag rein. Der ist am 21. und ich habe aber ein Geschenk für euch tatsächlich. Denn jetzt ganz neu Breaking News. Die M10 ist bei uns jetzt vorbestellbar und das in einem richtig coolen Paket. Das heißt, du bestellst bei uns die M10 mit der Stinger und damit du schon mal anfangen kannst mit dem Training, schicken wir die Stinger vorab. Und den M10 Upper schicken wir dir dann, sobald der da ist. Das heißt, du bist einer der Ersten und du stehst dann schon voll im Saft mit deinem Training und kannst direkt auf unsere Turniere kommen. Der Fenris in Kombination mit dem M1 von Steambo. Das war immer mein heiliger Gral. Tausendmal gesehen in Jörg Sprawe Videos, auch wenn es gar nicht so viele davon gab. Ich habe sie halt einfach tausendmal angeschaut, weil ich dieses Ding so geil fand. Und spätestens bei dem Herbst-Special 2021 habe ich mich knallhart in dieses Ding verliebt und musste es einfach haben. Und umso dankbarer bin ich, dass Steambo mir zur Mitte des letzten Jahres diesen Bogen tatsächlich zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, dieses Video hier ist tatsächlich das erste gesponsorte Video von Steambo. Heißt aber natürlich nicht, dass ich hier irgendwie zu irgendwas gezwungen werde. Ich darf weiterhin natürlich immer das sagen, was ich darüber denke. Glück nur für Steambo, dass ich sehr, sehr positiv über diesen Fenris denke und eigentlich kaum Kritikpunkte finden kann. Aber was ist denn der Fenris überhaupt? Ist das ein Bogen? Ist das eine Armbrust? Weil, ja, das ist ja eigentlich ein Bogen mit einem Kreuzelement, also ein Kreuzbogen, also eine Crossbow, also eine Armbrust, oder? Nein, der Fenris ist und bleibt ein Bogen. Und woran liegt das? Ich spann das Ding auf. Und wenn ich das jetzt aber hinlegen würde, dann entspannt der Bogen sich wieder. Also, ja, die Kraft wird nicht gespeichert. Dadurch handelt es sich hier auch nicht. Wie alle Leute immer sagen, man schieft Bogen. Nee, eigentlich wirft man Bogen. Ja, bei der Armbrust ist es das Gleiche, weil es ist ja kein Schuss. Hier wird nichts durch den Lauf getrieben. Aber gut, das überlassen wir mal den Behörden, wa? Das ist auf jeden Fall ein absolutes Sportgerät. Während die Armbrust, also zum Beispiel auch meine kleine Stinger, die gerade so auf knapp 7,5 Joule kommt, auch die ist natürlich eine Waffe vom Waffengesetz und muss dementsprechend weggeschlossen werden. Und man kann nicht einfach irgendwo damit rumballern. Da muss man natürlich auf Sicherheit achten. Muss man mit dem Bogen natürlich auch. Allerdings ist der Bogen ganz, ganz, ganz offiziell keine Waffe. Im Waffengesetz steht gar nichts vom Bogen. Mal so wirklich gar nichts, gar nichts. Das ist ein Sportgerät. Also im Grunde wie eine Langhantel oder eine Kurzhantel oder ein Tennisball oder was weiß ich. Aber ich finde, das Ding macht wesentlich mehr Spaß als ein Tennisball. Und ja, ich habe das Ding gerade auf 70 Pfund eingestellt. Deswegen ist das auch gar nicht so schnell, was ich hier mache. Aber ich muss ehrlich sagen, für 70 Pfund schießt sich das nach ein bisschen Übung sehr routiniert. Das Red Dot, was ich hier benutze, ist das Red Dot von EK Archery für die Jack One. Die habe ich, wie ihr alle wisst, ja noch immer nicht aufgebaut und brauche dementsprechend auch das Red Dot nicht auf der Jack One. Was zeichnet das hier aus? Es hat drei Absehenspunkte und dadurch kommt das Ganze so ein bisschen in die Richtung Pinside, was auf dem Bogen ja wirklich Sinn macht. Ich versuche euch mal gerade das Absehen zu zeigen. Seht ihr die drei Punkte? Und das ist natürlich ziemlich cool, weil dadurch hat man so ein bisschen Anhaltspunkt, wo geht das Ding hin. Also heißt, ich setze zum Beispiel den mittleren Punkt auf die Mitte der Zielscheibe, setze den Schuss und sehe dann, wo der Pfeil hingeht. Und wenn er unten getroffen hat, also mit dem unteren Punkt, dann setze ich als nächstes den unteren Punkt an und setze direkt noch einen hinterher. Das ist jetzt natürlich keine gute Idee, denn ich habe gar keinen Pfeil mehr drin. Ein Schuss würde jetzt wahrscheinlich den Bogen zerstören, wie immer. Glücklicherweise kann das aber eigentlich gar nicht passieren, denn hier gibt es eine Leerschusssicherung. Also der Haken hier blockiert das. Das heißt, um wirklich leer zu schießen, müsste ich erst das Ding hochlegen, einrasten und dann schießen. Was wir natürlich nicht tun werden. Im Grunde ist das hier ein ganz normaler Compound-Bogen. Und dann kommt hier dieses Gestell ran. Und auf diesem Gestell befinden sich vier Rollen. Zwei hier oben und zwei da unten. Und auf diesen Rollen kann jetzt dieser Schlitten hin und her bewegt werden. Und wenn er hinten ist, dann packt hier quasi das Release. Das hier ist ein Bogen-Release. Kein Abzug von einer Armbrust, sondern ein Bogen-Release. Das packt. Ich kann es ausziehen und könnte jetzt leerschießen, was ich natürlich nicht tue, weil teuer. Ich habe den aktuell auf Maximum eingestellt, was die Fundzahl angeht. Aber noch immer nicht auf Maximum, was den Auszug angeht. Einfach, weil ich so am allerkomfortabelsten zielen kann. Und das sind halt nicht die 30 Zoll, die man hier einstellen könnte. Das sind 25 Zoll. Wenn ich längere Arme hätte, könnte ich mir das sicherlich auch größer stellen. Aber so mit meinen kurzen Stummelärmchen komme ich halt nur bis 25 Zoll. Mit einem anständigen Blick durchs Red Dot. Wenn ich hier den Laser anmache, dann könnte ich das theoretisch auch 30 Zoll ausziehen. Ist ja egal, ich kann es mir ja hier halten. Ja und wie man vielleicht schon auf meiner Stirn sieht, ist das hier wirklich die Definition von modernem Bogensport. Denn ja, modern. Also Leute, was ist denn moderner als ein mit Laser und Red Dot ausgestatteter Magazinbogen-CNC gefräst? Compound natürlich. Bogen erklärt sich sowieso. Und Sport, ja, mir wird warm ums Herz. Aber es macht halt auch riesig Spaß und ist gut für den Rücken. Das ist doch schon mal ein guter Überblick gewesen. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns einfach mal die Leistungswerte von dem Bogen an, so wie er jetzt gerade eingestellt ist. Die Leistung bestimmen wir hier mit meinem kleinen billigen Kroni. Den gibt es auf Amazon zu kaufen und ich verlinke euch den natürlich auch, falls ihr den auch mal haben wollt. Er funktioniert auf jeden Fall und spuckt Werte aus, die einigermaßen Sinn ergeben. Ich verlasse mich auf jeden Fall auf diese Werte und wurde bis jetzt noch nie enttäuscht. So, dann setzen wir doch mal gerade einen Testschuss. Perfekt. Der erste Testschuss wurde schon mal nicht gewertet. Wahrscheinlich stört das Licht wieder mal. 65,6 Meter pro Sekunde. 65,6 Meter pro Sekunde. 65,8 Meter pro Sekunde. Und 66,4 Meter pro Sekunde. Rechnen wir einfach mal mit 65 Metern pro Sekunde. Das waren nicht die original Steambo-Pfeile, sondern das sind Thorsten Bale-Pfeile gewesen und die wiegen 26,66 Gramm. Und somit kommen wir ungefähr auf 56 Joule mit diesem Bogen. Das ist doch schon mal was. Das finde ich auf jeden Fall schon mal relativ gut, weil es ist ja auch relativ schnell. Und hier ist ja auch immer noch nicht das Maximum rausgeholt. Man könnte ja den Auszug noch was länger drehen, aber dann brauche ich auf jeden Fall den Laser. Und ich will mich nicht immer auf diesen Laser verlassen, weil die Batterie jetzt schon schwächelt und noch kein Ersatz da ist. Wahrscheinlich habe ich es einfach mal über Nacht angelassen. Achtet da auf jeden Fall drauf, dass ihr das nicht tut. Dann hält der Laser-Akku auch ziemlich, ziemlich lang. Malte, was sind das für coole Patches? Hey, cool, dass du fragst. Das ist der Mac-Patch. Ganz offiziell gibt es jetzt hier 3D-Rubber-Patches. Und alles, was du tun musst, um einen dieser Patches zu bekommen, ist hier unten auf Mitglied werden zu klicken. Da gibt es verschiedene Stufen. Auf Stufe 1 bekommst du leider noch keinen Rubber-Patch, aber einen Sticker mit meinem Logo. Und den kannst du dir rein theoretisch auch auf deine Stinger draufkleben. Ab Stufe 2 gibt es dann diesen Rubber-Patch und ab Stufe 3 gibt es nochmal weitere coole Features. Aber wenn es dir wirklich nur um den Rubber-Patch geht, dann reicht die Stufe 2 für dich. Im Anschluss sendest du mir dann noch eine E-Mail mit deinem YouTube-Account-Namen. Dem Hinweis, dass du jetzt gerade YouTube-Mitglied geworden bist. Und deine Adresse, damit ich auch weiß, wo ich es hinschicken muss. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen, dich im Mitgliederbereich zu sehen. Und außer den Stickern und Rubber-Patches gibt es natürlich noch weitere coole Vorteile. Klick da auf jeden Fall mal rein, um das Ganze einmal auszuchecken. Unter anderem gibt es exklusive Emojis und auch GIFs. Falls du unbedingt diesen Patch haben willst, aber keine Lust hast auf eine YouTube-Mitgliedschaft, gar kein Problem, früher oder später wird man den käuflich erwerben können. Falls du das tun willst, dann klick jetzt mal hier oben. Da kommst du zum Shop von Crossbow Dynamics und wer weiß, vielleicht ist der ja jetzt schon verfügbar. Falls nicht, dann ist er in ein paar Tagen verfügbar. Ja und was ist der andere Patch? Der andere Patch, das ist Fight for Ride. Das ist ein Rubber-Patch vom VDB und da bin ich Fördermitglied und das nicht ohne Grund. Spätestens dann, wenn du ein Problem hast, bist du wirklich froh beim VDB zu sein und gemeinsam mit dem VDB für ein faires Waffenrecht zu kämpfen. Mit ca. 3 Euro im Monat kannst du den VDB unterstützen und uns allen helfen, ein faires Waffengesetz durchzusetzen. Denn sind wir mal ehrlich, das ist doch kompletter... Wie verwirrend ist das denn bitte? Die Armbrust ist den Schusswaffen gleichgestellt. Faktisch schießt sie aber nicht. Was ist denn jetzt anzuwenden? Gilt jetzt 7,5 Joule oder nicht? Offensichtlich nicht, oder? Weil sonst wären doch alle Armbrüste WBK-pflichtig. Oder fast alle. Ich meine, das Ding ja kompakt kommt auf 7,5. Die wäre da tatsächlich dann von befreit. Alle anderen würde es treffen. Das kann ja schon nicht sein. Das sagt einem ja schon der logische Menschenverstand. Ja, aber man schießt doch mit der Armbrust. Zumindest sag ich das doch immer, oder? Ja, das ist an sich richtig. Umgangssprachlich schießt eine Armbrust. Aber umgangssprachlich schießt ja auch ein Bogen und ich ein Foto. Also, alles verwirrend. Und deshalb bin ich Mitglied beim VDB, damit er sich dafür einsetzt, dass wir alle ein faires und vor allem verständliches Waffengesetz bekommen, wo dann auch endlich mal die Behörden durchblicken. Weil das ist in dem Paragrafen-Dschungel gar nicht mal so leicht. Aber genug davon. Kommen wir wieder zurück zum Thema. Der Fenris. Mein absolut heiliger Gral unter den Bögen. Einfach geil. Und ja, mit der Leistung bin ich auf jeden Fall ziemlich zufrieden bei diesem Auszug und bei der Geschwindigkeit. Ich sage die ganze Zeit bei der Geschwindigkeit, aber ich habe tatsächlich noch gar nicht schnell geschossen. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal gerade. Und dabei zeige ich euch direkt auch, wie ich nachlade. Schritt 1. Den Fenris erstmal leer schießen. Schritt 2. Auf diesen Hebel draufklicken und mit einem kleinen Rechtskick nach links drehen. Dann ist er hier und man kommt unten an diesen Pfeilbereich. Als nächstes schiebe ich mir das Release in die Sehne, sodass das so hängt. Und jetzt setze ich mir das Release auf meine Plauze, damit das nicht so schwer ist, und fange an, die Pfeile einzulegen. Dabei ist ganz wichtig, dass man dabei auf die Nocken achtet. Das sind nämlich spezielle Nocken. Die haben eine ganz spezielle Form. Das ist halt, damit die Pfeile nicht nach vorne rutschen, dass nur der unterste Pfeil tatsächlich auch entkoppelt ist vom Magazin. Hier, da sind diese Backen und hier setze ich das jetzt so rein. Das umschließt dann rechts und links den Pfeil. Und wenn alle Pfeile drin sind, fünf Stück passen rein, dann setze ich die Klammer wieder drauf. Und ich könnte auch schon direkt weiterschießen. Und ich würde sagen, für diese Schnellschussaktion mache ich mir gerade mal den Laser an, für die letzten Sekunden, wie der noch hält. Und ja, versuche jetzt einfach mal diese 70 Pfund auf 25 Zoll Auszug relativ schnell zu schießen. Ja, das ist sportlich, auf jeden Fall. Aber trotzdem recht schnell, oder? Man darf nicht vergessen, das waren gerade 56 Joule mal 5. Das ist schon stabil. Und weil es so viel Spaß gemacht hat, machen wir das gleiche nochmal. Also, Klammer, einrasten, Wampe, Pfeile, auffüllen. Nicht ganz so fix wie bei einer Stinger. Da schmeiße ich die Dinger ja einfach nur in den Magazinschacht. Hier muss man natürlich auf die Nocken achten. Das hat man bei einer Stinger nicht. So, und ich würde sagen, wir machen noch eine schnelle Runde. Ich habe aber jetzt wirklich keinen Akku mehr. Das heißt, wahrscheinlich werde ich jetzt langsamer sein als eben. Aber wir versuchen es einfach mal. Schnellschuss nur mit dem Red Dot. Und. Ei, ei, ei. Ja, die 70 Pfund, das ist schon straff, auf jeden Fall. Da muss ich auch noch üben, dass das nicht mehr ganz so angestrengt aussieht. Aber es macht auf jeden Fall Spaß und hält halt fit. Und wie gesagt, ist wirklich gut für den Rücken. Also, falls ihr mir da nicht glaubt, dann googelt mal, Bogensport ist tatsächlich gut für den Rücken. So, ich habe euch das Ding mal vorgestellt. Wir haben ein bisschen drüber gesprochen und ihr habt jetzt auch gesehen, wie man damit schießen kann. Ihr habt die Geschwindigkeiten gesehen und auch, wie schnell man damit schießen kann. Obwohl das jetzt gerade auf Maximum eingestellt ist. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Fazit. Und da fangen wir einfach mal mit den Pluspunkten an. Das Ding ist einfach sauhochwertig verarbeitet. Der Bogen ist echt cool, hat tolle Wurfarme, solide Camps. Der Fenris selbst ist CNC-gefräst. Und ich könnte mir, ehrlich gesagt, kaum ein Szenario vorstellen, wo man es schaffen würde, den Fenris an sich zu zerstören. Das ist auf jeden Fall schon mal auch ein riesengroßer Vorteil im Vergleich zum Beispiel dem Whipshot oder anderen China-Derivaten. Weil das Ding ist halt einfach CNC-gefräst, made in Austria und das merkt man einfach. Und allein schon das Geräusch von dem Pfeilniederhalter finde ich einfach geil. Kommen wir mal zu einem Vorteil, den das Ding im Vergleich zu einer Armbrust hat. Weil, wie gesagt, das ist ein Bogen, keine Armbrust, weil hier wird nichts gespeichert. Hier ist keine Kraft drin gespeichert. Dementsprechend ist das ein Bogen, keine Armbrust, dementsprechend ein Sportgerät, keine Waffe. Und dementsprechend kann ich das Ding einfach mir nix, dir nix an die Wand hängen. Außerdem finde ich besonders cool, dass man das Ding wirklich super, super viel einstellen kann. Also man hat hier echt eine große Spanne von, ich glaube, 17 bis 70 Joule. Was schon mal echt klasse ist, weil damit kann wirklich der schwächste Anfänger trainieren und zu einem recht starken Schützen aufsteigen am Ende des Tages. Außerdem hat man hier die Möglichkeit, den Auszug einzustellen. Man hat die Wahl zwischen 19, also Kindergröße, und 30 Zoll. Also der ausgewachsene Mann, der größer ist als der Malte. Was nicht schwer ist. Ja und auch den Fenris selbst kann man natürlich im Auszug begrenzen, was natürlich total Sinn macht. Weil ansonsten ist es ja so, wenn ich auslöse und der Auszug hier eingestellt ist, aber da nicht, kommt mir das Magazin entgegen. Das wollen wir natürlich nicht. Und ein weiterer Vorteil vom Fenris, gerade im Vergleich zum Whipshot, ist, dass der Fenris nicht nur fest mit hier dem M1 von Steamboge gekoppelt ist. Nee, der Fenris kann theoretisch an jedem Bogen montiert werden. Also rein theoretisch auch an das gute Stück. Jeder, der sich fragt, was das hier für ein Bogen ist, das ist wirklich nichts Besonderes. Das ist ein SHB Hunter 5.8 von Samic. Ich habe das Ding einfach mal gegoogelt. Ich hatte gehofft, es ist irgendwie was wert. Aber es ist tatsächlich ein relativ günstiger Bogen aus China. Aber ich finde, er sieht cool aus und hat was. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Ding einfach mal Picatinny-Schienen hat. Das haben wenige Bögen. Zumindest habe ich bis jetzt noch keinen gesehen, außer halt den Fenris und den Whipshot. Aber gut, beim Whipshot muss man sich eins im Klaren sein. Als der Jörg Sprawe den Fenris vorgestellt hat, war ihm schon klar, dass die K. Archery einen Whipshot produzieren wird. Das erklärt natürlich auch, warum so viele Aspekte vom Fenris auch im Whipshot unterkommen. Ja, und die Picatinny-Schiene ermöglicht mir hier halt einen Red Dot. Und rein theoretisch hier sogar einen Scope. Aber ob das Sinn macht? Eigentlich müsste ich das echt mal ausprobieren. Hinten einen Scope. Das wäre irgendwie cool. Ich weiß nicht, ob das jemals irgendwer schon mal ausprobiert hat. Ansonsten, ich weiß, der Eric von Fledged Evolution, der hat hier hinten noch eine Picatinny drauf. Und da hat der dann ein Flipside drauf. Also Kimme und Korn. Und das findet er auch sehr cool. Ich fand es auch echt cool. Aber ich habe es bei mir einfach noch nicht umgesetzt. Weil ich... Warum eigentlich? Es wird Zeit. Nicht jetzt, aber in einem fortfolgenden Video. Noch ein sehr cooles Feature. Und das ist auch wirklich ein Punkt, da schlägt der Fenris den Whipshot. Und zwar der Laser. Das ist halt hier mal so gar kein Problem, weil das keine Picatinny-Montage ist. Dieser Laser ist wirklich nur für diesen Bogen gedacht. Und damit zulässig da dran zu haben. Weil es ist ja keine Waffe. Es ist nicht vom Waffengesetz erfasst. Und dementsprechend darf das Ding da dran. Bei dem Whipshot ist das Ganze ein bisschen schwieriger. Ich bin kein Waffenrechtsprofi. Überhaupt nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das beim Whipshot ein anderes Thema ist. Weil an der Stelle ja nicht eine Aufnahme nur für diesen Laser ist. Sondern da ist eine Picatinny-Schiene. Das heißt, ein Laser oder eine Lampe, die man an den Whipshot vorne dran machen würde, könnte man auch an eine scharfe Schusswaffe oder Armbrust machen. Ja, alles positiv. Ist ja klar, weil es ist ja von Steambo gesponsertes Video. Ja, falsch gedacht. Jetzt kommen wir nämlich zu den Nachteilen. Und tatsächlich, ich hatte ja eben gesagt, es gibt hier kaum Kritikpunkte. Ja, das ist schon richtig. Aber ein Kritikpunkt, der fällt auf jeden Fall sehr hart ins Gewicht. Und das ist hier der Preis. Gut, ich muss mich hier gar nicht beschweren, weil ich habe diesen hohen Preis ja gar nicht bezahlt. Danke nochmal an Steambo an der Stelle. Aber das kann ich natürlich trotzdem nicht gelten lassen, weil jeder andere muss den vollen Preis bezahlen. Und das ist happig. In unserem Crossbow Dynamics Shop kostet dieses Ding aktuell 1149 Euro. Das ist ein hoher Preis. Aber wie gesagt, das ist irgendwie auch eine Investition in die Ewigkeit. Denn meierlich, wie willst du das Ding zerstören? Wenn du dich nicht komplett dumm anstellst, dann wirst du das Ding höchstwahrscheinlich auch noch deinen Enkelkindern vererben können. Das war der erste Nachteil. Aber kommen wir mal zum zweiten Nachteil. Und das ist halt, dass es ein Compound-System ist. Weil das hat natürlich auch einfach einen höheren Verschleiß und ist einfach nicht so wartungsleicht. Vor allem, ich müsste jetzt ehrlich mal gucken, wie ich hier die Sehne tausche. Da habe ich jetzt ehrlich keine Ahnung. Muss ich gleich mal googeln, ob es da irgendwie ein Video von Steambo gibt, falls es da noch nichts gibt. Ich werde mich damit auf jeden Fall auseinandersetzen und früher oder später wird es dann ein Video dazu geben von mir. Auch wenn Steambo da ein Video hat, wird es das geben. Einfach, weil ich Bock drauf habe, das zu machen und euch das zu zeigen. Und wie man vielleicht sehen kann, wird es dafür nämlich auch langsam schon Zeit. Hier ist die Sehne ein bisschen angekatscht, beziehungsweise die Mittelwicklung geht da langsam auf. Und dementsprechend wird es hier langsam mal Zeit, das Ganze zu erneuern. Auch hier weiß ich noch nicht, ob ich überhaupt die Sehne runternehmen muss oder ob ich das nicht rein theoretisch da drauf fickeln kann. Sollte klappen. Und auch dazu wird es ein Video geben. Aber das kann ich jetzt noch nicht sagen, wie das geht. Das finden wir dann heraus. Aber Compound ist halt wirklich, wirklich komplizierter als Recurve. Aber hier muss man dazu sagen, dass dieser Nachteil nur ein halber Nachteil ist, weil du kannst den Fenris ja auch einzeln kaufen. Also nur das Magazin. Dann hast du ja gar nicht diesen Compound dran, sondern kannst zum Beispiel hier meinen Samic nehmen, wenn du das willst. Damit hast du dann natürlich einen schön günstigen, langlebigen und pflegeleichten Bogen. Aber das Ganze hat natürlich auch dann einen Nachteil, weil guck mal, ich kann den hier machen. Ich habe das Ding im Let-Off. Ich halte das jetzt hier mit dem Zeigefinger. Ich lasse hier los. Kann dir winken. So, das könntest du mit einem Recurve-Bogen niemals machen, weil der hat kein Let-Off. Da ist die stärkste Kraft natürlich dann, wenn die Sehne ganz hinten ist. Und ein Nachteil. Der Aufbau ist gar nicht mal so leicht, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Als das Ding bei mir ankam, habe ich natürlich sofort ein Video gedreht. Leider mit der Kamera, die dann später in der Kiesgrube verbrannt ist. Da ist die SD-Karte auch direkt mit verbrannt. Also Hitzeschaden und komplett alle Daten verloren. Das Video gibt es leider nicht mehr. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt relativ wenig Lust, das Ding einmal auseinanderzunehmen und wieder neu zusammenzubauen. Ich muss sagen, ich fand die Anleitung von Steambo nicht ganz so toll. Da könnte Steambo auf jeden Fall noch nachbessern. Gerade mit dem Einstellen der Magazinhöhe habe ich mich recht schwer getan. Und deswegen hat am Anfang die Sehne auch immer auf dem Fenris-Magazin gescheuert. Was natürlich nicht gut ist für die Langlebigkeit vom System. Im direkten Vergleich mit dem Whipshot hat der Fenris einen Nachteil, der recht stark und sehr schnell auffällt, wenn man das Ding in der Hand hat. Vor allem, wenn man beide einmal in der Hand gehabt hat. Weil dann merkt man, okay, das Ding hier ist ein schöner, solider Bogen. Und das hat alles sein Gewicht, schön und gut. Aber dann nimmst du den Whipshot in die Hand und der ist federleicht. Das liegt daran, weil beim Whipshot halt wesentlich mehr Polymer und kaum Aluminium verwendet wird. Und Polymer ist halt nochmal leichter als Aluminium. Und jetzt gibt es noch einen Punkt, da müsste ich noch klären. Ist es ein Vorteil oder ein Nachteil im Vergleich zum Whipshot? Und das wäre dann die Präzision. Denn es ist ja so, der hier hat 70 Pfund, der Whipshot hat nur 45 Pfund, der hier hat 20 Zoll und der Whipshot hat nur 15 Zoll Pfeile. Die Frage, die sich stellt, ist, welche Kombination aus Pfeilgewicht und Geschwindigkeit ist denn die präzisere? Das würde ich gerne testen, aber wie ihr ja erfahren habt, ist die Kiesgrube aktuell futsch. Vermutlich, zumindest für die nächsten Monate. Was natürlich sehr schade ist. Ich weiß, du willst die Gründe erfahren. Und ja, ich werde dich auch aufklären, aber das wird noch ein bisschen dauern. Da muss gerade noch was geklärt werden. So, ich würde sagen, wir haben jetzt schon echt viel über den Fenris gesprochen. Wir haben auch schon mal viel mit dem geschossen und ich würde sagen, ich mache hier noch gerade eine kleine Runde und wir sehen uns dann nächste Woche oder übernächste Woche. Mal schauen, wie ich durchkomme. Hier bei Mac. Modern Archery Germany. Willkommen im Outro. Hat mich riesig gefreut, dass du da warst. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du auch nächste Woche wieder hier bist. Hier findest du meinen Kanal. Würde mich riesig freuen, wenn du den abonnieren würdest. Hier findest du den Kanal von Eric und mir, Crossbow Dynamics. Und wenn du uns unterstützen willst, dann klick doch einmal hier. Hier findest du unseren Shop. Und in dem Sinne, ciao, ich wünsche dir noch einen schönen Abend.